Hallo liebe Autofreunde, heute möchte ich euch mal zeigen, wie die selbstheilende Steinschlagschutzfolie funktioniert. Das haben wir hier an dem teuren Sportwagen. Die haben wir mal ein Stück abgeklebt und ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn man das mit der Drahtbürste verkratzt. Man hört es auch schon, passieren tut nicht viel. Man kann aber die Kratzer eventuell sehen, die hier entstanden sind. Ich kann auch nochmal drauf. Also das hier ist eine Drahtbürste, wie man sie aus dem Handel kennt. Der ganze Selbstheilungsprozess funktioniert so, dass wir das mit heißem Wasser erwärmen. Hier extra das Video ungeschnitten, um das mal zu demonstrieren. Man sieht auch, wie das Wasser abperlt und nach der Hitzebehandlung, das kann durch Sonne erfolgen oder durch heißes Wasser. Heißluftfön funktioniert auch. Hier sind die Kratzer wie aus Zauberhand verschwunden. Die Folien gibt es bei uns. Wir installieren die auf den Fahrzeugen an den gewünschten Stellen. Wenn ihr wissen wollt, was das kostet für euer Fahrzeug, dann nehmt bitte Kontakt zu uns auf. Kratzer